Musik Damit Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag. Die Länderspielpause ist also zu Ende, wenn man so will. Am Samstag die Pfeilchen zu Gast im Ostseestadion von Rostock beim FC Hansa. Erwartet werden dort über 20.000 Zuschauer, maximal zugelassen sind 21.750. Und meine Kollegin Marek Scholz, die meinte, das könnte auch ungefähr so viel werden. Ja, es geht zum FC Hansa. Es ist das siebte Zweitliga-Duell bei der Mannschaften gegeneinander. Mit Oberliga und allem gab es viele, viele mehr, Marc. Jetzt Zweitliga beim FC Hansa. Den Ausblick aufs Spiel. Ja, Glück auf in die Runde. Ja, es steht ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel, auch uns vor der Brust. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen das Problem gehabt, dass wir einige Spieler haben, die bei der Nationalmannschaft unterwegs waren. Das ist immer so ein bisschen auf der einen Seite schön für die Spieler und natürlich auch für uns, dass sie da solche Erfahrungen sammeln können. Aber insgesamt ist es natürlich für den Prozess jetzt nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben trotzdem nach wie vor eine große Verletztenliste. Ben Zulinski ist nach wie vor verletzt. Oki Gnatic, Gaetan Bosmann, Baller, Florian Ballas und Ramsi Ferjani fallen auf jeden Fall aus. Nach wie vor im Rehabilitationsprozess drin. Dima Nazarov hat sich jetzt in dieser Woche verletzt, hat einen Schlag drauf bekommen. Da wissen wir überhaupt nicht, ob es noch reicht. Erfreulich ist aber, dass Pipo Riese und Melka Kutalua jetzt diese Woche wieder mit dem Training wieder ein bisschen weiter auch in Richtung Zweikämpfe gekommen sind. Sodass sie vielleicht in der nächsten Woche dann auch alles dann vielleicht wieder mitmachen können in den nächsten ein, zwei Wochen. Da freuen wir uns sehr. Und ansonsten ist die Mannschaft, denke ich, gut vorbereitet. Es wird wie immer in diesen Ostduellen sein, auch den Druckstand zu halten. Es wird eine sehr hitzige Atmosphäre. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es alles im Rahmen bleibt, ganz normal. Aber es wird natürlich jetzt auch von der Kulisse her für uns, gerade für unsere Jungspieler, eine erste Bewährungsprobe, die wir jetzt und für die älteren Spieler, die wir jetzt seit vielen, vielen Monaten nicht hatten. Und da freuen wir uns sehr drauf. Es ist ja schon auch irgendwo immer auch ein Punkt, dass man sich das wünscht, als aktiver Sportler dann auch für so eine Kulisse zu spielen. Und ja, wir wissen ja auch, dass die Rostocker Fans da auch sehr, sehr laut sind. Und für uns freuen wir uns riesig, dass auch von uns viele Anhänger mitagieren werden und mitkommen werden und uns dort unterstützen werden. Und das ist natürlich für uns eine tolle Situation. Und wir wissen, dass wir weiter Gas geben müssen und in der Tabelle uns weiter hocharbeiten können. Es ist eine riesige Chance für uns, weiter Punkte zu sammeln. Und ja, wir wissen aber auch, dass wir, wenn wir eins Zentimeter nachgeben, dass es dann nicht reicht, weil die Rostocker gerade in ihrem Offensivbereich, ja, also mit Omladic, ja, auch verhöhlt mit seinen acht Toren, die er schon gemacht hat, sehr, sehr gut besetzt ist. Und dementsprechend müssen wir aufpassen und gucken, dass wir das Spiel an uns reißen. Und so wie die letzten Wochen dann auch, ja, alles in die Waagschale werfen, um das, ja, um dem Spiel dann auch unsere Note, unsere Spieldynamik dann auch aufzustülpen. Danke. Danke, Marc. Ja, man sagt, obwohl mehr als 500 Kilometer dazwischen liegen, Marc, Ost-Derby, auch wenn die Entfernung eine Weite ist. Und wenn ich vorhin sagte, sechs Spiele in der zweiten Bundesliga, bei den ersten Zweien, die es gab, da warst du auch mit dabei. Das ist ungefähr zehn Jahre her. Kannst du dich noch an die Spieler erinnern? Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Ich weiß deswegen auch noch von der Atmosphäre, wie es war. Das müsste, wann war es, 2012, 13? Das Jahr müsste es gewesen sein, ne? Ja, kann ich mich noch daran erinnern. Damals standst du genauso wie Martin Mennel und Jan Hochscheid in der Startelf. Und Jan hat damals ein Siegtor geschossen, wenn ich mich rechtsehe. Ist richtig, genau. So in die Richtung. Aber lange, lange her ist es. Wir blicken nach vorne auf diesen Samstagnachmittag, 13.30 Uhr. Und wenn es Fragen von den Kollegen der Presse gibt, dann bitte jetzt. Wer startet? Thomas Scholze für die Freie Presse. Da schließe ich gleich mal an meinen Vorredner an, da vorne auf dem Pult. Hat so einen Spieler wie Jan Hochscheid, der damals das Tor geschossen hat, ein anderes Verhältnis jetzt zum Teamchef Marc Hänsel als die vielen Jungen, wenn man zusammen lange auf dem Platz stand. Kannst du das mal beschreiben? Ja, also der Janni und ich, auch der Martin, ich meine, wir haben alles zusammen erlebt. Wir sind zusammen aufgestiegen. Wir haben jahrelang zusammen dann trotzdem auch die Klasse gehalten. Wir haben zusammen gewohnt in der WG. Also das darf man ja an der Sache auch nicht vergessen. Das ist schon was Besonderes. Und gerade der Janni ist ja damals aus dem Nachwuchs hochgekommen, wo ich mit nach Cottbus bin. Also wir haben halt auch wirklich unsere fußballerische Laufbahn auch gemeinsam gestaltet. Und natürlich ist das was ganz, ganz Besonderes, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin. Nichtsdestotrotz geht es halt im Fußball trotzdem darum, wenn ich jetzt in dieser Position bin, auch immer in allen Bereichen immer auch gerecht zu sein und im Vorteil zu sein. Und ich glaube, dass das jeder von mir auch weiß, dass ich das absolut trenne. Den zwischenmenschlichen Bereich, wo wir eine super Beziehung haben, natürlich auch eine Freundschaft haben über die Jahre, ist ja ganz normal. Und natürlich dann trotzdem auch den sportlichen Bereich, weil da bin ich ja dann trotzdem auch immer dann trotzdem gerecht. Und auch das hängt natürlich auch alles von der Tagesform abhängig. Aber der Janni ist natürlich auch ein Spieler, über den wir auch sportlich jetzt mal fernab von meiner Beziehung zu ihm unglaublich dankbar sind, dass wir ihn haben. Weil er, und das hat er auch jetzt in den letzten Wochen wieder gezeigt, auch wenn er sicher noch nicht auf dem Stand aufgrund seiner Verletzung ist, wie wir ihn kennen. Aber sein Genie kommt ja trotzdem immer wieder durch. Und das ist das, worauf wir uns riesig freuen, dass wir ihn in unseren Reihen haben. Ein Spieler, der letztes Jahr noch hier in den Reihen war, ist jetzt ein Leistungsträger in Rostock. Hättest du den Calogero noch gern hier und wie beurteilst du seine Entwicklung jetzt? Ja, ich freue mich für den Ritzi natürlich sehr, dass er jetzt dort sofort auch angekommen ist, sich auch wohl fühlt, wenn man den Zeitungsartikel glauben kann, die da jetzt die Tage reingeflattert sind. Ja, der Ritzi ist ein sehr, sehr verdienstvoller Spieler hier, ein wunderbarer Mensch, habe ich auch immer so gesagt. Aber nichtsdestotrotz gab es ja trotzdem Gründe, warum das am Ende des letzten Jahres dann eben nicht weitergegangen ist für ihn. Und da gab es halt auch, wie gesagt, anscheinend auch gewisse Sachen, die im Hintergrund gelaufen sind. Aber da braucht man jetzt überhaupt nicht drüber reden. Ich freue mich sehr, dass er sich dort so toll entwickelt hat, weil er wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis immer zu ihm gehabt hat. Ich schätze ihn auch sowohl als Mensch, wie gesagt, als auch als Fußballer sehr. Und er soll seinen Weg ruhig weitergehen. Aber jetzt am Sonnabend geht es trotzdem für uns darum, dass wir auf uns gucken und versuchen, alles in die Waagschal zu werfen, um dort Punkte zu stehlen. Auf uns gucken heißt in dem Fall wirklich nicht auf Rostock oder muss man in so einem Spiel sich doch irgendwie anpassen? Nein, also ich gucke immer auf den Gegner. Ich glaube, das ist bekannt. Wer in dieser Liga glaubt, dass er nur auf sich gucken muss in unserer Situation, ich glaube, der ist fehl am Platz. Ich meinte das jetzt eher, dass das jetzt für uns kein Thema ist, dass die Personalie ihre zutut. Das wollte ich damit nur sagen. Natürlich gucken wir immer auf den Gegner. Wir haben uns wie immer auch taktisch natürlich irgendwo auf den Gegner vorbereitet. Wir haben alle Videos gesehen, alle Spiele, die sie dieses Jahr gemacht haben. Wir haben natürlich auch die letzten drei Spiele gesehen, die sie alle drei gewonnen haben. Darunter natürlich auch zweimal gegen Regensburg, wo wir wissen, wie schwer das auch ist, gegen diese Mannschaft auch dann so zu performen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Deswegen sind wir absolut gewonnen. Also man spielt jetzt trotzdem in diesem Bereich nicht drei Siege hintereinander. Das muss man schon sagen. Deswegen stehen sie zurecht mit den 17 Punkten dort, wo sie stehen. Und deswegen sage ich ja, wir brauchen sicher vor niemandem Angst haben. Aber wir können es uns auf gar keinen Fall leisten, nur ein Zentimeter nachzulassen. Und das würde auch bedeuten, dass wir auch immer wieder gucken müssen, wie der Gegner agiert, um natürlich unser Spieler auf den Gegner natürlich auch ein Stück weit mit anzupassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eigene Mechanismen, die wir immer wieder durchdrücken müssen. Also es muss immer eine gesunde Mischung sein. Wir wollen uns nie verbiegen, uns nie verstellen. Aber wir müssen natürlich schon gucken, was der Gegner macht. Gibt es weitere Fragen? Alex Küpper vielleicht? Wir hatten das vor zwei Wochen schon, das Thema, was es mit einer Mannschaft macht, wenn man plötzlich auf die Ergebnisse einfährt. Die Leistungen haben davor schon oft gestimmt. Jetzt kommt man mit drei ungeschlagenen Spielen sieben Punkte aus drei Spielen. Es ist ja oft so, dass man sich in den Lauf spielt. Spüren Sie eine gewisse Dynamik in der Mannschaft, dass man sagt, okay, jetzt irgendwas ist passiert, irgendwie klackt es jetzt, dass wir auf die Ergebnisse einfangen? Ja, für mich ist entscheidend die Art und Weise, wie wir spielen. Und diese Dynamik habe ich jetzt trotzdem in allen Wochen gesehen. Auch den Willen dieser Truppe, immer wieder auch vorwärts zu marschieren. Immer wieder auch alles anzunehmen, jede Situation anzunehmen und auch positiv zu lösen und zu gestalten. Und dementsprechend wäre es grob fahrlässig. Das ist ja das, was ich auch sage und was wir auch jeden Tag vermitteln wollen. Es wäre grob fahrlässig. Wenn nur jeder einen Prozent nachgibt, dann werden wir diese Dynamik nicht halten können. Und das muss einem bewusst sein. Es ist jeden Tag ein knallharter Existenzkampf. Und das ist das, was wir versuchen jeden Tag zu übermitteln, was die Mannschaft uns auch immer wieder zurückgibt, auch als Feedback zurückgibt, dass sie das erkannt hat. Und das hat sie bis jetzt auch immer wieder auch gezeigt. Und da gibt es mal Spieldynamiken, wo man das Spiel mal gewinnt und dann vielleicht mal auch unglücklich, haben wir ja nun auch erleben müssen, dann auch unglücklich vielleicht mal Punkte abgibt. Aber das spielt ja für uns keine Rolle. Für uns ist ja die Tendenz entscheidend und die Art und Weise, wie wir spielen. Und das war in den letzten Wochen gut. Aber wir wissen, dass es von Woche zu Woche sich auch immer wieder ändern kann. Wir können auch sofort wieder in den Negativlauf fallen. Und wir können doch nur eins tun, um diesen Mechanismus oder diese Serie, wie man es auch dann immer bezeichnen möchte, weiter positiv aufrechtzuerhalten. Das ist, indem wir einfach weiter Vollgas geben und versuchen, die erfolgsversprechenden Mechanismen immer wieder weiter zu perfektionieren und knallhart daran zu arbeiten. Und halt diese Sachen, die das vielleicht einschränken könnten oder die das Risiko erhöhen, weniger erfolgreich zu sein, dass wir die jeden Tag bearbeiten und bekämpfen, dass die ja gar keinen Einzug bekommen. Und deswegen freue ich mich sehr. Die Jungs wissen, dass sie auch irgendwann ein Spiel verlieren dürfen. Das wissen sie. Die wissen, dass sie Fehler machen dürfen. Aber entscheidend ist für uns immer wieder, dass wir jeden Tag alles dafür tun, damit wir das Zufallsprinzip oder die Spieldynamik, diese Mischung aus allem auf unsere Seite ziehen. Das ist jeden Tag das Ziel. Und daran arbeiten wir hart und dann werden wir sehen, was rauskommt. Aber natürlich, ich habe so viele Derbys gespielt. Ich weiß auch, was das hier für jeden bedeutet. Und wenn wir uns das jetzt wieder einreißen in den nächsten Wochen, dann sind wir genau dort, wo wir vor vier, fünf Wochen schon mal standen. Und das weiß jeder. Und ich glaube, das kann auch jeder einordnen. Und deswegen wissen wir, dass wir jeden Tag Vollgas geben müssen, um einfach die Chancen zu erhöhen, erfolgreich zu spielen. Auch zukünftig erfolgreich zu spielen und uns dort unten auch zu befreien. Alex Küber? Eine Frage noch zu einem etwas anderen Thema. Auer guckt nach Ostok, aber heute natürlich auch nach Frankfurt. Clemens Vandrich, die Verhandlung wird heute um 13 Uhr noch mal neu aufgerollt. Mal angenommen, es läuft optimal für den FC Erzgebirge. Und er wäre womöglich am Samstag einsatzbereit. Käme er schon in Frage? Oder würden Sie sagen, das kommt so kurzfristig, das spielt für mich noch keine Rolle? Ja, also wir würden uns sehr freuen, wenn das so ausgeht. Und dann wäre er auf jeden Fall eine Option für den Kader. Also das ist ja ganz normal. Aber wer jetzt wo und welcher Konstellation spielt, das würde ich erst mal mit den Spielern dann besprechen. Aber er fühlt sich mit dem Bus, so wie er sich gewünscht hat? Na absolut, na klar. Wir freuen uns sehr, wenn der Fahne wieder da ist. Also auch spielberechtig ist, da ist er ja. Aber wenn er auch wieder spielberechtig ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Mann für uns. Das wissen alle. Das habe ich auch immer ganz klar so kommuniziert. Und wir erwarten schon da heute auch ein positives Ergebnis. Und würden uns sehr freuen, wenn er mal mit dem Bus einsteigt. Das heißt, er ist gar nicht mehr dort, wenn er hier ist jetzt? Nee doch, er ist dort. Er ist dort. Ja, also er, ich meine die letzten Tage jetzt war er beim Training ganz normal. Ja, Thomas Scholz. Eine Frage noch, überall fallen jetzt wieder die Spiele aus wegen Corona-Fällen und so weiter. Wie bekommt ihr denn das hin, dass ihr da gar nicht auffällig seid in letzter Zeit? Ja, wir freuen uns eigentlich jeden Tag, den wir so, ich sage jetzt mal, überstehen. Das ist natürlich schon im Moment eine schwierige Situation. Ich glaube, in allen Teilen der Gesellschaft. Und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Das war ja nicht immer so. Wir hatten ja auch Phasen, wo wir auch Fälle hatten. Und dementsprechend kann das auch jeder einordnen, wie schwierig diese Situation noch ist. Aber wir können uns nur versuchen, alle an unser Hygienekonzept bestmöglich zu halten. Und hoffen, dass wir da durchkommen. Darfst du sagen, ob die Spieler alle geimpft sind hier oder ist das geheim? Es sind fast alle geimpft. Es sind fast alle geimpft. Aber wer jetzt da nicht geimpft ist, möchte ich ungern hier kommunizieren. So, gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann starten wir weiter in die Vorbereitung des Osterbys beim FC Hansa-Rostock. Marc, dir, deinem Team. Eine gute Vorbereitung, auf dass wir uns eine steife Prise erwartet am Samstag Nachmittag und dass am Ende ein Erfolg zum Ruf steht für uns. Danke, Marc Hänsel, unserem Teamchef. Das war es für heute. Glück auf. Danke, Glück auf. Das war es für heute.